herzlich willkommen zurück wir sind wieder hier wo ist immer hier ich habe kam ja keine antwort in den kommentaren deswegen habe ich selber rausgefunden das ist ja kapitel 7 unten das heißt dass darüber ist kapitel 6 und die 17 ist markiert also 617 wird wohl der code sein nehme ich mal an wir gucken mal auch schon wird er die falsche taste gedrückt so geht schon wieder gut los 617 hier waren wir beim letzten mal stehen geblieben er ist noch weiß so zack und nun leute 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 ich mache mal kurz die kopfhörer lauter ich glaube ich höre irgendwas eigenartiges wird man gleich mir doch eigenartig eigenartig lasst mal zusammen gucken hier ist auch so nimmt zu hoch wie süß guckten euch an jetzt rupt er mich bestimmt an oder machen wir dazu genau so hier unter der treppe ist nämlich auch so ding das kriegst du mir doch ganz arbet hallo hallo ja oh cool mit black metal gehörer Versperrt die mir jetzt einen Weg oder was? Darf ich jetzt hier durch oder nicht? Wisst ich, wie es klingt? Ich weiß nicht, ob ihr es auch hört. Ärgerlich. Aber war eine hübsche. An sich, an sich jetzt. Okay, das heißt, sind wir wieder hier. Die wird mich irgendwie verfolgen. Ich muss in das Zimmer. Ah ja, ich weiß. Ich weiß, wo wir... Also, erste Etage. Da ist sie. Und nun? Ich kann nicht zurück. Ich kann nicht zurück. Hier ist zu. Hier ist die Wand. Oh, ich habe so eine Gänsehaut. Oh, jetzt bin ich durch die Wand. Unter der Wand. Aber was machen wir denn jetzt? Die lässt uns doch hier nicht durch. Das ist ein Miststück. Was quatscht die überhaupt? Klingt wie eine Schallplatte rückwärts. So. Das sind immer satanische Botschaften versteckt. Wir müssen erste Etage. Wir versuchen es nochmal. Wir können ja nicht anders. Wir gehen einfach schnell hoch. Die alte Krücke. Hier müssen wir rein. Schnell. Ach nee, da hat man die Kugel her. Mach schnell zu. Scheiße. Wo ist denn das Ding? Das ist in der zweiten Etage, wa? Ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Ja, wir können es ja nur probieren. Wenn wir jetzt verrecken, dann verrecken wir. Wir gehen erstmal schnell in die zweite Etage hoch. Hier war es natürlich nicht. So, ein Ärger. Aber ich glaube, wir müssen in die zweite Etage. Ne? Das schaffen wir schon. Mach auf die Bude. Die kommen da jetzt gleich ja, die Oma. Oder? Wir müssen die irgendwie umgehen. Mach zu. Äh. Die Frage ist, was geht die für einen Weg, ne? Achso. Die Tür ist zu. Erst muss man wieder drauf gucken. Dann kriegt man die wieder auf. Wo ist die Eule jetzt? Ich nehme an, die kann nicht in die Räume rein. Obwohl, diesen Geist, ne? Die kann eigentlich wahrscheinlich überall rein. Höchstens mal wagen. Schnelle Treppen hoch. Seppeln. Meine Fresse, wo kam die denn jetzt her? Wie soll ich denn dieses blöde Rätsel jetzt lösen? Sagt doch auch mal. Was ist der Sound eigentlich zu laut? Ich weiss es gar nicht. Da kommt es ja schon wieder. Das alte Miststück. Ich gehe wieder hier hin. Was geht die für eine Wege? Okay. Ich gehe wieder hin. Ja. Ich gehe wieder hin. Passt auf. Umgeht man die denn? Gleich hoch. Am besten hier so. Rein. Und zu. Zum ersten Mal. Jetzt hat sie uns nicht gesehen. So, nochmal kurz die Bibel lesen. Ja, wissen wir. Wir müssen in die zweite Etage. Boah, was denn? Ich hab's doch gelesen. Wir müssen auf den Ton hören. Wisst ihr was, Schmähne? Jetzt ist sie weit weg. Jetzt gehen wir schnell hoch. Wir machen hier zu. Ist halt die Frage, ob die jetzt hier reinkommt. Und wo ist dieser Drecksraum, ne? Ganz hinten rechts. Äh, hier hinten rechts müssen wir. Ich glaube ja. Wo ist die? Da ist er. Jetzt geht's hinunter. Nee. Dann muss es hier gewesen sein. Geh rein! Setz das Ding ein! Verdammt! Äh, was ist denn das jetzt? Die kotzt! Die kotzt das Bier von gestern Abend aus. The Spirit World. Die hat gebrochen. Oh, was sind das jetzt hier? Oh, das war jetzt aber anstrengend. Das sieht schön aus hier. Ganz schön laut. Wartet mal, Freunde. Ich mach mal kurz, äh... So, es gab ein Update. Kann das sein? Das sah doch letztens ja noch anders aus. So. Hier leuchtet's schön. Gelbe Tore. Gelb oder... Ich nehm lila an. Schön. Gefällt mir. Ich nehm was lila an den Tor. Hm. Wer weiß, was jetzt kommt. Och. Ne Höhle. Und wieder geile Thronenmusik. Diesmal gefällt's mir wirklich gut. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Kopfhörer so laut hab und mich mal was traue. Also klar. Es tut mir leid. Es ist schwer auch, dass ihr das hört. Spinnweben. Okay. Kann man einfach durchlautschen. Ich höre... Äh... Warum? Ich habe nichts gegen Spinnen. Hm. Ich geh hier lang. Im Zweifel... Oh, hau ab. Im Zweifel immer außenlang, ne? Anscheinend machen die Spinnen nicht, aber das war vielleicht auch gerade noch Glück. Oh Gott. Aber das ist jetzt schon ne geile Atmosphäre. Das gefällt mir gut. Kann man hier durch? Ne. Geh mal hier lang, genau. Oh, hier ist das Skelett. Gibt's da irgendwas zu holen? Ne, gibt's nicht. Okay, hier geht's weiter. Immer weiter runter. Geh mal weiter runter. Ab in die Hölle. Oh, ich bin aufgeregt. Merkt ihr's? Wahnsinn. So. Oh, Herr Emi. Ja, 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 ja. Ist doch gut. Ich hab doch nicht gegen Spinnen. Hier geht's lang. Aber hier geht's aber darauf. Aber von hier bin ich gekommen. Kann das sein? Dann war's vorne noch Glück. Continue. Ich muss nochmal am Sound spielen. Ich glaube, es ist einfach, oder? Ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, einfach zu laut. Ich hab's Gefühl, da ändert sich gar nicht. Wir gehen mal ins Untere. Wir gehen mal an das. Bestimmt genau derselbe Quatsch. Oppression. Oppression. Aber ich hab so Oppressionen heute. Hm. Da geht's gar nicht gut. Ach du Scheiße, was ist das denn? Da hast du ein bisschen Endzeit hier. Kannst du auch schnell? Das soll halt Rennen sein. Finde ich auch ein bisschen Quatsch. So, gehst du mal durch? Oh, nee. Das kennen wir doch schon. So, Scheiß. Aus Schädding. Ging's auch paar Treppen runter. Auf einmal sind die Stühle rumgeflogen. Die blöden Misstopper. So. Oh Gott, ey. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Das klappert und klimpert. Ist das wieder Günther? Nein. Was wäre es jetzt, wenn Günther wieder hier aufgetaucht? Die Spießorgen. Das hört gar nicht auf, oder? Ach ja. Oh. Tschüss. Alter. So eine Scheiße. Kommt eigentlich irgendwas hinter uns? Nee. Was ist denn das für ein Mist? Ab ins Dunkle. Oh Gott. Wird mir gleich schlecht. Äh. Nee. Oh oh. Ach. Ihr habt es. Ihr seht das. Oh, das. Was sind wir uns her? Es ist dunkel. Oh nee. Das wird doch so. Ach, gar nicht hier. Hier lang. Nee, da nicht. Da lang. Hier geht es auch nicht lang. Hä? Da müssen wir. Jetzt geht es ja nur noch mehr lang. Oh jetzt. Jetzt wird mich irgendwas Böses erwischen. Oh, da kommt's. Das ist der Atem. Komm. Mach hin. Oh nee. Der erwischt uns. Weil wir hier so langsam sind. Oh. Sinnlos. Das ist genauso bekloppt. Also ich würde es noch mal mit den Spinnen probieren. Die waren mir ein bisschen angenehmer. So ein Scheiß. Noch ein Schluck Bierchen. Hier ist auch die Musik schöner. Die anderen waren mir zu irre. Das ist schön düster. Das gefällt mir. Das passt zu mir. So, passt auf. Wir sind vorne und rechts. Da gehen wir diesmal links. Hau ab. Das ist ja auch nie wieder das Gleiche. Oh, die Scheißspinne. Die sitzt einem im Nacken. Ich habe so eine Gänsehaut. Die sitzt mir im Nacken. Oh, Lut. Oh, noch eine. Hau ab, du Mist. Ich habe das Gefühl, dass es immer der gleiche Gang hier ist. Jetzt kommt wieder eine Spinne. Oh, nee. Ich bin so aufgeregt. Hier, komm. Einmal mal links. Oh, die Musik ist schön. Jetzt geht es aber hier wieder rauf. Ich bin nicht rauf. Ich bin runter. Hier geht es auch noch rauf. Aber ich lade bestimmt genau den gleichen Meg zurück. Tschüss. Lasst mich doch in Ruhe. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Das ist nichts von meinen Nerven gerade. Wir sind vorne links und jetzt gehen wir rechts. Irgendwas machst du hier verkehrt. Ja, 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 ja. Jetzt geht es wieder rauf. Rauf, runter, runter, rauf. Hätt ich das gewusst, ey. Hätt ich nie. Oh, ja, 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 ja. Oh, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir definitiv noch nicht, oder? Oh, ja, ja. Oh, die sitzen hier am Nacken. Oh, nee. Hier geht es nicht raus. Wartet mal. Also in dem Raum waren wir noch nicht. Das weiß ich. Oh. Oh, ich kriege die Krise. Wie sollen wir denn hier jemals rausfinden? Ich bin total aufgeregt. Da klappt das Herzen. Und hier geht es wieder runter. Runter, hoch, links, rechts. Keiner weiß, wo er ist. Oh, ja, komm mal ab. Jetzt sind wir ja wieder hier. Oh, nee. Komm, mach hin. Ich habe Gänsehaut. Ich bin genervt. Jetzt sind wir ruhig. Jetzt sind wir ruhig. Ich habe ein gutes Gefühl diesmal. Aber wenn wir jetzt wieder drauf gehen, wir finden den Weg nie wieder. Hier runter. Hier rein. Hoch. Hier runter. Rein, hoch, links, rechts. Ja, ja, ja. Ja, ja. Sie ist doch zum Halden. Wer schafft denn das? Wie oft soll man den Scheiß hier machen? Hat das Spiel mal Erbarm mit uns? Oh. Boah. Na dann nochmal hier in der Irrenanstalt. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Also da konnte ich ja dann dort. Da muss ich dann rechts. Das kriegen wir hin. Passt auf. Da könnt ihr ja auch mal ein bisschen schneller rennen. Dieses Vorspiel hier können sie auch sein lassen. Wir wissen jetzt, wie der Hasel läuft. Aber bei den Spinnen irgendwie in Orientierung, hier kann ich ja wenigstens noch links und rechts dann mir öffschreiben oder irgendwas. Kann doch nicht wahr sein. Also hier, geradeaus. Geht ja auch noch geradeaus. Also die Dinger beschleunigen ein oder bremsen ein, ne? So, dann sind wir hier vorne rechts geladet, ne? Und dann geradeaus. Aber dann müssen wir jetzt hier mal sofort rechts. Genau. Das merken wir uns. Bringt bloß nicht. Jetzt sind wir nämlich wieder langsam. Das ist scheiße. Das rotze hier. Das führt uns nicht weiter. Jetzt geht es wieder schnell. Jetzt die Frage da lang. Können wir probieren es. Oh Gott. Ich habe es mir auf allen Dingen nicht gemerkt. Ist das das Tor? Drei? Nee. Hier ist das Ende. Na gut. Dann haben wir schon wieder verloren, ne? Ich kann hier auch nicht springen. Ich printe, ne? Hier geht es schnell. Oh, runter. Ja, runter. Süd. Ich würde sagen, hier lang. Nee. Komm, wir gehen hier lang. Ich habe schon wieder das Gefühl, das nimmt kein Ende. Komm, wir da vorne weiter oder ist das wieder so eine dämliche Wand? Oh, ey. Es ist so zum Heulen. Nee. Oh, da kommt er. Da kommt er. Können wir nur warten, dass das hier schnell geht. Ja, das geht schnell. Hier ist langsam Scheiße. Oh, so ein Dreck. So ein Dreck. Hier geht es schnell. Das sieht. Komm, wir durch. Ja, da vorne sieht es gut aus. Ja, jetzt haben wir es. Runter, runter, runter. Oh, meine Fresse, du. Oh, was ist denn das? Oh, ich muss mich erst mal kurz ausruhen. Und das geht so aufs Herzen, Freunde. Das ist nicht deren Ernst. So, okay. Das ist ein Rätsel. Wahrscheinlich. Ich gehe gleich mal zur Türe. Ich hoffe, das hat jetzt auch an der Stelle gespeichert. Gut, war klar. Das ist wie bei The Cube. Jo, der Film. Äh. Müsste ich wahrscheinlich. Aha. Okay. Das kriegt man hin. Zack. Geh mal hier lang. Hier geht es nicht. Okay. Das ist ein einfaches Rätsel. Du musst dir bloß Geduld haben. Aha. Also merken. Eins. Äh. Zwei. Drei. In der ersten Reihe. Eins. Hier geht es nicht. 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 Hier geht was. Okay. Okay. Merkt ihr euch das? Zwei. Drei. Eins. Vier. Okay. Zwei. Drei. Eins. Vier. Das war scheiße, ne? Oder war das scheiße gerade? Ah. Jetzt haben wir es. Naja. War ja nicht so schwer. Okay. Sieht ziemlich sauber aus hier. Oh. Was ist das jetzt? Was soll denn das sein? Ich finde die Grafik eigentlich nicht so gut. Oder? Das ist der Sinn des Spiels. Hier sind so ein paar. Mhm. Äh. Ah. Ist das scheiße. Das ist übelst gruselig, Leute. Jetzt mal ernst. Hm. Naja. Gehen wir mal gucken, was er sagt. Moin. Aha. Was ist das für ein Scheiß? Oh, nee. Jetzt sag nicht. Ich muss dort alle Gesichter dort einsetzen. Mal gucken. A, G, M, S. Das hat was zu sagen. Ich sag's euch. Okay. Ah. Wartet mal. A, G, M, S. Ist ja überhaupt, sind die Buchstaben überhaupt da? Nee. Wartet mal. Ich muss nochmal gucken. Ach so. Ja. Passt auf. Es sind, man kann vier Buchstaben. Eins, zwei, drei, vier. Ah, Williams, Co. Es sind aber mehrere. Eins, zwei, drei. Äh. Das Rätsel verstehe ich nicht. Kannst du hier zoomen? Ja. Oder wir gucken nochmal in den anderen Raum. Ob es da vielleicht doch noch irgendeinen Hinweis gibt. Nee, da komme ich nicht mehr hin. Anscheinend. Okay. Also ist alles hier drin. Es sind aber mehrere Reihen. Es sind... sehr spekulativ. Hier ist ein M. Wartet mal. Und ein T. Ich glaube, es müssen Nummer drei hintereinander sind. M? Hier geht nichts. Oder doch? L. L. M. T. Wartet mal. Hier geht noch das L, ne? Ja. Boah, ich verstehe es nicht so richtig. Vier Buchstaben. L. T. Ich bin nicht vorn auf ein M. Ah ja, M. Ich verstehe es nicht. L, M. T. Da, ne? Da halt nicht hin. Also mit der Seite geht nicht. Oder kann ich die hier verschieben? Ne. Den. Also es gibt nur diese Varianten. Hier geht nichts. Geht mit dir noch was? S. Also ich mach schon mal L, M, T, ne? Und das machen wir jetzt so lange, bis hier was passiert. Okay. Das ging recht schnell. Aber das C. Der macht das C. Hm. Ah ja, hier. Ja, okay. Hauptsache wir sind durch. Spirit Ward. Na, nicht schlecht. Aber wir müssen bestimmt trotzdem noch durch die Spinnen, ne? Wartet mal. Wo müssen wir denn jetzt lang? Von hier kamen wir. Okay. Jetzt haben wir ein rotes und ein blaues. Boah, ey. Ich glaube, ich gehe erst durchs Ruder. Jetzt hört ja gar nichts mehr auf. Was ist denn das jetzt so? Oh, nee. Ein Labyrinth. Oh, nee. Da finden wir doch nie raus. Und da sind auch noch Spinnen. Na, wir gucken mal. Hm. Oh, nee. Das ist auch noch mit mit Mauern, die hoch und runter gehen. Das kann man doch überhaupt nicht. Da kommt man doch niemals ans Ziel. Das wird doch alles nicht. Ah. Jetzt weiß ich was, die runtergeklatscht. Was ist das? Oh, ja. Ab, du Dreckbämm. Oh, jetzt kommt der Atem und Spinnen. Jetzt wird es immer bunter hier in diesem Dreckspiel. Ich habe keine Lust mehr. Verfatze dich. Spinnen und Atem. Na, das kann ich leiden. Eine Rennmücher. Totale Kacke, glaube ich, gerade. Hau ab, ey. Zum Glück ist der so langsam. Aber trotzdem. Das ist mir nichts hier. Da sind wir nun. Hier geht es lang. Hier geht es lang. Überall geht es lang. Das ist doch scheiße. Und Geräusche. Und Spinnen. Und Atem. Ich will nicht. Och. Tut mir leid, dass ich so aufgeregt bin. Aber das ist... Jetzt sagt nicht, wir hätten hier gleich links gehen können. Und dann wären wir am Ziel gewesen. Wahrscheinlich nicht, ja. Was sind das hier für Ohren? Da kommt man nicht rein. Okay. Das kann dauern, Leute. Das kann dauern. Wenn wir nicht durch irgendeinen dummen Zufall jetzt ganz schnell ans Ziel finden, dann kann das richtig lange dauern. Was ist das denn? Haben wir hier nicht vorhin schon? Sag mal. Hier haben wir nicht, oder? Weißt du nicht. Nee, ich glaube hier haben wir nicht. Oh nein. Es nervt. Es nervt. Oh nein. Oh nein. da beende ich jetzt die aufnahme und da gibt es doch noch ein teil ich dachte ich kann das spiel heute durchspielen dann sehen wir uns die tage bis dahin ciao ciao